13.41 Uhr, heute hier nach Schwestern von Gleis, S6 nach Friedland über Frankfurt Hauptbahnhof, Abfahrt 13.53 Uhr von Gleis 3, S4 nach Kronberg über Frankfurt Hauptbahnhof, Abfahrt 13.53 Uhr von Gleis 4, und S5 nach Bad Homburg über Frankfurt Hauptbahnhof, Abfahrt 13.58 Uhr von Gleis 2. Untertitelung des ZDF, 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020